Hey Leute, willkommen zurück zum nächsten Trophy Guide von Lies of Pi und heute machen wir die Geschichte von der guten alten Antonia. Und dafür bekommen wir natürlich wieder eine schöne Trophäe und wir müssen einige Dinge beachten. Die Geschichte von der feinen alten Dame heißt die Trophäe und die werden wir heute einmal erledigen. Lasst also gerne ein Däufchen hoch oder auch ein Abo da, wenn ich euch mit diesem Guide helfen konnte. Seid gewarnt, in diesem Video wird es natürlich einige Spoiler geben, also aufgepasst. Wir gehen zunächst zum Baum der Goldmünzenfrucht. In Kapitel 7 startet das Ganze. Wir gehen dann nämlich hier neben den Baum zu dem Dude und der hat ein Heilmittel für die Versteinerungskrankheit entwickelt. Und dieses Heilmittel gehen wir einmal hier an die Rezeption und sprechen mit Polendina. Hier können wir nämlich dann auswählen, ob wir das Heilmittel verwenden wollen oder eben nicht. Und um die Story zu erfahren von Antonia, müssen wir das Heilmittel verwenden. Das ist auch der Weg der Lüge, also ist am besten, wenn ihr das macht, wenn ihr so oder so euren Lügendurchkommen gerade macht. Also klicken wir hier an das Heilmittel verwenden, um eben Antonia das Heilmittel zu geben. Dann dauert es eine ganze Weile. Ihr könnt einmal zum Stargazer kurz gehen, rasten, um mit Antonia zu sprechen. Werdet dann einen kleinen Dialog mit ihr haben, dass es ihr jetzt schon ein bisschen besser geht. Aber im Endeffekt zieht sich die Quest noch ein bisschen weiter. Und das nächste, was wir machen können, befindet sich erst in Kapitel 8. Ihr müsst also Kapitel 7 komplett einmal fertig spielen und dann in Kapitel 8 gehen und dann erneut mit Antonia sprechen. Ihr geht es nämlich jetzt schon sichtlich besser und ihr habt hier noch eine kleine Unterhaltung mit ihr. Wenn ihr ihr nämlich jetzt das Heilmittel gegeben habt, werdet ihr mit ihr eine etwas längere Unterhaltung führen. Könnt für sie dann sogar noch ein Stück auf dem Klavier vorführen und sie somit entsprechend glücklich machen. Als Belohnung bekommt ihr jetzt sogar noch eine Geste, die natürlich super ist für alle Gesten im Spiel, die wir natürlich auch brauchen, um diese Trophäe freizuschalten. Sprecht also unbedingt im Kapitel 8 mit ihr, spielt ihr ein Liedchen am Klavier vor und ihr erhaltet nach diesem Lied dann die entsprechende Geste von ihr und könnt die Geste grüßen ab jetzt nutzen. Ja, weiter geht es dann tatsächlich erst in Kapitel 11, also im allerletzten Kapitel. Wenn wir dann nämlich Laxasia besiegt haben, können wir zurück ins Hotel Grat gehen und finden dann Antonias Brief oben im Zimmer von Geppetto. Da ist er jetzt nämlich verschwunden, hat sich quasi in Luft aufgelöst und uns einen Brief hinterlassen. Den finden wir bei ihr im Rollstuhl, nehmen den also einmal mit, gehen da dran und schnappen uns hier den Brief. Den Brief haben wir jetzt und bekommen dafür auch noch eine Platte. Danach müssen wir mit dem Brief wieder zu Polendina gehen und ihnen diesen Brief zeigen und bekommen dann entsprechend die Trophäe geploppt. Ja Freunde, somit haben wir die Trophäe bei uns im Sack und Antonias Story ist zu Ende. So einfach geht es eigentlich, wie gesagt, am besten im Lügendurchgang spielen, damit ihr euren Spielstand nicht kaputt macht. Ja Freunde, das war es für das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen und ich sage bis dahin, macht's gut, adios und ciao, ciao.